Damit Ihr Traum wahr wird und Ihre Modelleisenbahn perfekt funktioniert, Kaufmann Modellbau. Wir sind die Profis in Sachen Modellbau. Wir planen Ihre Module am PC. Sie liefern die Idee dazu. Es sind die kleinen, liebevoll gestalteten Dinge, die bei uns den großen Unterschied machen. Sie wollen einen bestimmten Bahnhof als Modell bauen oder vielleicht das Haus Ihrer Kindheit nachbilden? Kein Problem. Ein Foto oder eine andere Vorlage genügt. Digital ist nicht gleich digital. Es gibt eine Unzahl von Komponenten. Die richtige für Sie zu finden, ist das Ziel von Kaufmann Modellbahnen. Wir beraten Sie gerne und fachmännisch. Und damit die Auswahl des richtigen Systems auch praktisch erprobt werden kann, haben wir für Sie eine digitale Teststrecke eingerichtet. Umbauten und Spezialanfertigungen sind bei uns ebenfalls in den richtigen Händen. Kommen Sie vorbei und staunen Sie. Hier passt alles genau zusammen. Wir realisieren auch Ihre vollautomatische Steuerung. Zubehör aller Art finden Sie in unserem Ladengeschäft. Auf Wunsch bauen wir auch Gebäudemodelle für Architekten, für Messen oder einfach als Ausstellungsstück für Ihre Firma. Anlagen-Selbstbauer sind in unseren Workshops bestens aufgehoben. Ob Anfänger oder Fortgeschritten, Sie lernen immer etwas dazu. Kaufmann Modellbau. Bei uns ist alles möglich.